So, was ist das? According to the pirate technician's schedule, Novikov plans, a grand fireworks display at the end of the sanguine show. Not a bad distraction. The fireworks are located in a barge in the Seine. However, first you need to find the detonation remote. Weil ich muss ja jetzt nur die Dings ausschlachten. Töten. Ähm. Deswegen brauche ich das ja nicht. Geh an, son. Double time. Geh zurück zum work. So, hier komme ich hoch. Sir, you were not authorized. Ich bin hier. Warte mal. Entschuldigung. Good. Just keep going. Okay, ich muss mich jetzt verkleiden. Warte mal. In der Zone, der Wader. Was machst du denn jetzt? Wow, der kann mich erkennen. Erkennen. Ups, was habe ich denn hier? Bühnenplan. Ah. Ah. Ach, ne. Ist das nicht für... Ich denke, das ist dafür, ne? Ja. Warte mal. Wenn die Gelegenheit nicht mehr verfügbar ist. Zielbereits eliminiert. Dann ist das ja noch für die. Dann geht das ja noch für die. Was noch für die? Das hier? Ah, dann sind die beiden noch für die. Die beiden. Und der hier ist noch für ihn. Dann vergleiche ich mich einmal als Event-Techniker. Dann muss ich irgendwie hoch. Hm. 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 Das wird schwer. Glaub ich. Muss ich irgendwie wieder hoch. Dann lass mich irgendwie verkleiden als... So, einer. Ich habe ja Münzen dabei. Hm. Hat er das gehört? Hm. Was? Ich denke, ich habe etwas gehört. Vielleicht ist das falsch. Aber ich werde es herausfinden. Okay. Ich kenne den auch ganz fies jetzt mit der Waffe... äh, mit dem Messer. Einfach mal aus Frust drauf geschossen. Ich könnte das jetzt eigentlich machen, aber mach ich nicht. Moment mal. Moment mal. Ich muss doch gar nicht ihr Ende machen. Oh, tschuldigung. Ich dachte jetzt sei verkackt. Ah. Geht drauf geschossen. So. Ich muss es nochmal laden. Wo war ich denn da? Warum war ich da flette? Ah. I know. Oh, ich bin jetzt wieder nah am Dings. Warte mal. Ich könnte die Folge mal kurz bänden, ne? Ich répete, wir sind in Heimel. Out. 1, 30, 1, 44. Ne, komm. Das mache ich jetzt mal eben so. Ich will das halt ein bisschen länger. Oh, klar. Ah, ne. Ha. Das war das Falsche. Muss ich vorne wieder hin. Ich kann mich ja schon mal mit umsehen, wo ich mich verkleiden könnte. Vielleicht fällt mir sogar was ein. Er ist ja flette. Ja, ich bin auf dem Senguin-Show. Schau, ich bin, ähm, ich bin wirklich kassiert, okay? Ich muss mich etwas für sie machen und es ist für alle Menschen. Das ist wunderschön. Moment. Ich spreche an meinem Tier. Damit ich hier gleich noch lebe. Damit ich hier nicht gleich noch mal hinlaufen muss. Ich denke wirklich, ich sollte hier etwas interessantes sagen, aber... Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß nicht, dass ich hier etwas interessantes sagen würde, aber... Oh, was ist das denn? Jetzt gehe ich noch mal da hinten hin. Da muss ich mich gleich als Techniker verkleiden. Ich könnte das auch manipulieren. Hier. Der kann mich sehen. Oh, der kann mich erkennen. Beziehungsweise, der erkennt mich. Meine Güte. Ich bin meinem Tier lang. Hier ist wieder ein Waiter. Er waitet den ganzen Tag. Verstanden. So. Zack. Jetzt mit der Verfolge. Ja. 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 Da kann ich nicht hoch. Kann ich da hoch? Ich will's hoffen. Die Detonation... Remote ist oben. Das weiß ich. Die ich nämlich da... Da. Um genau zu sein. Ja. Auch. Auch. Wow. Wow. Ich hätte nie das Ding tun, das war so kompliziert. Gute Arbeit, wie du gesagt hast. Wenn jeder auf den Sky schaut, hat niemand auf dich. Die ist da oben. Ich muss sie ja auch nicht nur töten. Ich weiß auch nicht, wie ich die Gelegenheit vernünftig benutzen soll. Komm ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Warte, warte, warte. Stagetechnikern haben hier kein Geschäft. Sorry. Bitte schau dich an und geh zurück, wo du von kamst. Ich habe mich in meinem Kopf, aber ich kann es einfach nicht vorstellen. Was? Wie haben sie das gemacht? Margot, der Stag sieht sicher. Oh, ist das nicht schön, so. Was ist dein Schritt, Clown? Fuck, die gucken da immer noch. Das ist der Shit, wie gut die sind. Was? Hm, ich muss irgendwie hoch. Hm. Scheiße. Scheiße. Sie ist ein über mir. Stopp, 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 schnell, schnell, schnell. Ich kann ihn doch von unten töten. Aber keiner guckt mich an. Wird ich offen. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ach, sie ist da. Oh, schönes Feuerwerk ist das. Ein sehr schönes Feuerwerk, ich muss irgendwie hoch. Irgendwie muss ich nach oben. Hat er gerade Dick zu mir gesagt? Oder das Feuerwerk ist auch vorbei, wa? Ja. Stay in the stage area, please. You got... Negative, wir sind gut. Du Wechser. Schließ dich her. Meine Güte. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich jetzt nach oben gehen kann und die einfach so ausschalten könnte. Oder nicht. What the fuck, wo kann ich mich denn hoch? Ich glaube, ich komme hier nirgendwo so richtig hoch, oder? Wir wollen mich alle verarschen. Was ist denn? Komm ich nirgendwo hoch? Ich glaube nicht. Let's get a beer. Och man. Ich kann mich jetzt eher verkleinern und dem wieder hoch gehen. Dann habe ich die wenigstens gekillt. Wir wissen ja, wie das Feuerwerk jetzt ist. Wie das mit dem Feuerwerk jetzt ist. Und puff. So, egal. Ich habe es wenigstens geschafft. Ich habe auch wenigstens geschafft, das Feuerwerk da hinzumachen. Oh, die Leiche wird gefunden. Fuck. So, ich kann ja jetzt easy hoch gehen. Easy going. Mach ich da jetzt mal eben. Auch wenn ich es nicht so geschafft habe, wie ich es sollte. Egal. Körper wurde rückgefunden. I don't know. Wie lang ist die Folge jetzt? 23 Minuten. Das ist gut. Hauptsache nicht zu lang. Dann ist das wieder so eine mega lange Folge. Und das dauert wieder länger zu rennen und so ein Scheiß. Länger hochladen. Ihr Exzellenz. Ihr Exzellenz. Gut gearbeitet. So, das ist die Auktion der Sekunden. Das ist Dahlia Margolis. Supermodel, die Spiegemann ist. Scheiß. Scheiß. A good day to you sir, but knowledge without power Oh, I miss our goals. What's her story? You know, actually I read this book about fashion industry through the Amnesia. Who is this whole chapter on her? About how many of them fall for more goals. Yeah, so one thing that we do. Okay, I'm going to put them here. Okay. So, I don't know what I'm going to do when I play here. Okay, she is still outside. Can I kill them? Can I kill them? Can I kill them? Both targets are down. Great work. Now head towards the exit. Okay, can we do it again, right? I'm going to go down here. Oh, my God. Okay. Feuerwerk haben wir gesehen. Man weiß auf jeden Fall, wie man's machen kann. Man geht halt dann hoch und ist dann halt da. Also ist dann... Jeder ist abgelenkt. Huhu, bang. Tot. So, dann werden wir in der nächsten Folge versuchen. Da hinten hinzugehen. So, das war's. Oh. Paris. One day earlier. Ist wieder erfolgreich. Easy. Meisterkiller. Das bin ich doch immer. Haben wir die Haare. Ein Drink zum Sterben. Hühner auf der Stange. Feuerspiel. Ja, egal. Oh. Oh. Ich hab fünf nicht Ziele getötet. Whoops. So. Auf jeden Fall. Das war's auf jeden Fall mit mir. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss. Ja.